ok leute wenn wir gerade schon hier sind dann kann man auch gerade die mokoko samen suchen also die erste befindet sich hier irgendwo ein abenteuer nummer zwei wie wäre es mit einem getränk hier versteckt sich nummer drei ich habe diesen song noch nicht aber ich zeige euch gerade wo ihr die anderen zwei versteckte bekommt und zwar wenn ihr hier song of resonanz spielt was tatsächlich gerade einer gemacht hat durch zufall dann kommt ihr hier rein und hier befinden sich zwei mokoko samen das war sehr lucky leute weil ich selbst habe diesen song nämlich noch nicht normalerweise befindet sich hier eine statue genau und die geht zurück sobald ihr diesen song of resonanz song lied der resonanz oder so singt den ihr für 16.000 piratenmünzen kaufen könnt so dann haben wir schon fünf von acht ein abenteurer ja ja abenteurer zu sein ist schon toll so dann kriegt ihr hier auch noch mal kokosame irgendwo genau und zwar hier in diesem häuschen glücklichere tage werden kommen darin besteht kein zweifel hier ist die erste hier unten ist die zweite und somit letzte mokoko samen von rania rode ich hoffe ich habe euch geholfen danke fürs zuschauen danke fürs mitmachen und wir sehen uns in der nächsten folge wir sehen uns in der nächsten folgen die vor